Wir könnten ja anfangen zu philosophieren, das wäre das noch, ne? So. Oh je. Cool, die Augen sind echt voll toll. Hier. Da war ein... Chicken. Uuuh. Niemal! Ouh. Fuuuck Links ist ne Kiste Tut mir leid, das ist so Niemals Oh nein, da ist noch einer Niemals Boah Oh Ja, bleib du da oben Hör mal, bleib Oh Gott, nein Oh Gott Was? Monstrum Naja So Hm Das Werber ist echt schwer geworden So viele Dash Runen haben wir gar nicht Wo jetzt lang Eigentlich könnten wir auch nach oben Um unser Leben scheint es ja schon fast wieder geschehen So ein Dreck Oh So viel dazu Yeah Wir dürfen uns mehr Fehler erlauben Wuhu Yeah Doppel yeah Ich überlege noch Ach so Ist ein bisschen weit weg Also erstmal Weiter durchs Schaloss Erstmal Richtung Wald Da können wir auch noch Münzen abstauben Yeah Oh Entschuldigung Ich wollte nicht stören Ähm Ja dann Boom 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 Und jetzt wieder runter Und dann Nach rechts Richtung Wald Und dann vom Wald aus Ah Mal schauen Mal schauen Ähm So Und So Einfach mal Schön Hier so Ja das ist toll Oh ja Oh hier war der Die Boombox 2000 Oder wie der Teil heißt Ähm Hm Ja 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 Äh Nice Komm, rück weiter. Ich hasse Laternen. Okay. Oh, da. Das ist, äh, nicht so schön gewesen. Oh, oh. Hat sich erledigt. Yeah. Er vorzieht einen kleinen Sneak-Peak. Ah, fuck. Wow. Schlawiner. So, haben wir hier mal aufgeräumt, hä? Yeah. Wow. Oh, ja. Äh. Bevor du noch mal... ...deine Augen tropfen. Stopp. Ah, komm. Ähm. Okay. Und jetzt... ...aber schnell. Und tadaa. Als wäre nix gewesen. Oh, das hier finde ich nicht so schön. Unleash the boards of steel. Nee, das finde ich nicht so schön. Äh. Äh. Weh. So. Und. Oh, je. Hey, cool. So. Hm. Da, komm. Was? Ha, ha, ha. Komm, du, geh hier rüber. Ha, 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 ha. Ah, ist mir strong. Was machen wir denn jetzt? Unleash the boards. Und so. Pip, pip, pip. Au. Der hat mich voll getroffen. Ja. So. Ähm. Schnell mal gucken. Wo könnten wir denn lang? Ich glaube, um viel abzugreifen, haben wir, glaube ich, die falsche Route genommen. Denn wenn wir jetzt nach rechts gehen, könnte es dann, dass wir noch irgendwie nach unten gelangen. Und da wären jetzt schon wieder mehrere Sachen, die besonders uns interessieren. Natürlich. Und bisschen höher. Nein. Nein, 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 nein. Boah. Der ist runtergeflogen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Boah. Na ja, ist passiert. Jetzt müssen wir also noch mehr aufpassen. Aufpassen ist nicht so meins. Dann habe ich sogar in der Schule Probleme. Oh, ich falle immer schneller. Einfach weg. Einfach weg. So, jetzt mal hier kurz gucken. Ja, ich würde ja direkt hier. Nach rechts. Boah. Boah. Ich kriege dich. Oh Gott. Da verzichte ich gerne drauf. Entschuldige die Störung. Aber Nee, gegen den wollte ich nicht unbedingt ran. Oh Gott. Ich hätte es nicht machen sollen. Schlecht von mir. Ah. Ah. Hornsby. Blablabla. Blablabla. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah. So gut war das gar nicht. Mr. Hornsby. Okay. Aber jetzt nochmal. Oh nein. Ähm. The Ledge King. Allein, weil er Sir Useless heißt. Ja. Er heißt Sir Useless. Das ist der erste Mal. Der Hammer. Äh. Und ich brauche kein zweites. Das ist der Hammer. Der heißt Sir Useless. So. Ähm. So sei es. Wir brauchen mehr Verteidigung für den Hokagen. Und der. Und zwar. Ich. Wirklich. Die einzige Umschweife, die ich jetzt mache. Ist. Ähm. Um das Gold bei den Bossen zu sammeln. Sonst nix. Ich versuche sofort Richtung Boss zu gehen. Und dann Ponce de Leon. Das ist mein Ziel jetzt. Ich will seinen Kopf. Und ich glaube mehr ist an ihm eh nicht dran. So. Das Gold ist mir nur. Also diese einzelnen Goldmützen sind mir jetzt gar nicht wichtig. Ähm. Ach. Da kommt. Was. Das ist nicht passiert, oder? So. Jetzt muss ich ein bisschen äh metzeln. Damit ich. Mein Leben zurückbekomme. Ach. Da gibt mir doch die Goldmünze. Oh. Okay. 120. Mann. Das ist stark. Ja. Hahaha. Was haben wir wieder gelacht, ha? So. Hm. Noch mal Gold. Ja. Ein bisschen Gold kann man schon sammeln. Ah. Das hätte ich nicht machen sollen. Fällt mir gerade ein. Hm. Hätte ich was angelassen. Also. Wir haben schon mal den Eingang zur. Äh. Dingsbums gefunden. Zum Forest. Und. Als nächstes. Such mir einfach. Unseren Bossraum. Oh. Die können wir direkt mitnehmen. Oh. Du. Kleiner. Scheiße. Ich weiß nicht, was gerade los war. Wieso ich so Probleme mit dem Layout habe. Ich weiß es nicht. So schwer war das jetzt nicht. Er geht ja auch nur rauf und runter. Und das war nur ein Auge. Naja. Oh. Verdammt. Okay. Ah. Geh doch runter. Nicht. Sehr gut. Nichts sehr gut. Wieso fällt der? Jaja.